3, 2, 1, und... Hey Leute, was glaubt? Willkommen zu einem weiteren Volk auf meinem Kanal hier. Heute, ähm, ja, also, wir zogen wieder, ähm, nämlich, ähm, Factory Tycoon. Und ich bin krank, perfekt. Ja, ähm, warte, ich tu noch kurz was ändern. Und bei dem Intro. Und... Okay, heute hol ich mir einen Weewurf. Oh mein Gott, alles weg, na? Warte! Okay. Mein Geld bleibt noch. Ey, dann könnte ich ja... Okay, nicht. Okay. Leute, ihr wisst... Oh mein. Oh mein Gott. Nein, ich hab das Start-Up-Pack nicht mehr. Nein. Und jetzt... Und jetzt... Und jetzt... Wieder ultralange. Ich hab das... Boah, ja... Boah, ja... Ich hab das... Boah, ja... Oh mein Gott, was? Nein. Okay. Oh mein Gott, was? Nein. Okay. So, Leute. Ich hab noch ein kleines bisschen Geld und hol mir die nächsten Schwuppe. Mhm. 12.000 und hier. Ich kann mal anfangen zum Labor zu gehen. Schadet ja nicht. Du mir erst mal die Lichter. Wurmloch, ja... Wurmloch, ja... Hab ich natürlich. Hey, what? Okay. Ah. 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 Ah, da geht's schneller. Ah. Ah. Okay. 14.000 schon so viel. Oha. Ah. Ah. Die Tocopost. Die Tocopost. Du bist ja auch das Upgrade. So eine Zeit, den allerletzten zu kaufen. Mö. Mö. Ich hab studiert. Mhm. Und ... habe hier alle auch morgen kommen dann also ich kann nur wochen in der viele hier ist drin und sonst eigentlich nicht so viele ich nehme mal das dach der ultra dunkel und sind vor ich habe auch eine grafik ein kleines bisschen runter gestellt verziehe wie bingst ich es mal das erst mal gesehen die also dieses menü ist auch so hoch und das aufgleichsseite ja ich habe das ausmache ja das noch aber nicht okay 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 somit die lichter nicht ja schon wieder er war doch beim ersten teil hier okay ja warte ich brauche noch mal 15.000 12.000 und boom connector bringt ist das ein chor ich werde auch ich wollte schon mal in obik in obik ein chor machen aber das extrem also dass das das im system kann schwierig sein ist aber gehen noch aber diese kann um diesen machen weil ich würde es halt halt sehr gut machen aber ich weiß nicht es hat schon sehr schwierig direkt zum labor und wenn noch ein oder noch ein oben noch feuer das bringt es ein tausend eltern oder was oder präsent wird leute ich engine und ich bin bis ich 50000 habe ist die leute zurück mit 45.000 mal ich tue ich tue das geld auf für das labor und voll kaufen Holy shit. What? Keine Sounds? Keine Sounds? Null? Ja, klar. Klar, natürlich, ja. Hab ich. Wow, genau, hab ich, ja. Mein Gott. Also, dann hole ich mir hier wieder die Chubos. Da ist auch noch einer. Oh, das ist perfekt. Dann noch ich mir hier den Chubo und dann hier den Block. Wie viel, der da nochmal schön Geld drauf gibt. 15.000, schaffe ich das? Ja. Ja. Und Info für das Überführen. Brauche ich jetzt 125 Buttons. Okay, Leute, jetzt komme ich zum allerletzten Chubo von hier oben. Da dauert es schon wieder. Wir sind jetzt einfach, glaube ich. Okay, Leute, ich habe das Geld für hier oben, das ist alles ein Chubo. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es mir gefallen lassen. Dann abonniert meinen Kanal, so verpasst ihr gar nichts von meinen Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau, tschau. One, 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 one. Da ta. Komm. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt